Hallo zusammen! Gerade eben habe ich in YouTube eine Interpretation von Hotel California gehört, gespielt auf einer Yamaha Elektronorgel von diesen japanischen Mädels, die ja ganz hervorragend exzellent spielen können. Zwei Manuale, Basspedal und dann läuft auch noch eine Sequenz im Hintergrund ab, die die Registrationen umschaltet. Also eigentlich ein unmögliches Unterfangen, einen solchen Titel auf dem kleinen PA 1000 zu spielen, aber ich versuche es einmal und wie ich das registriert habe, zeige ich euch in einem weiteren Video. Musik 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 Amen.